ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe mehrere Probleme. Du siehst, eines ist mega offensichtlich und das andere sieht man nicht so einfach so BÄM. Mega offensichtlich ist doch das. Was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Aber das andere Problem kann ich ändern. Aber es ist halt nicht so obvious. Das hier ist ja nicht wirklich in meiner Badewanne. Das ist mehr so Meta-Ebene. Aber das ist Realität bei meinen Lieblingstieren. Bei Babyschirchrötchen. Weil meine Plastiksäcke landen irgendwann in den Ozeanen. Und in den Ozeanen gehören sie einfach nicht an. Damit das nicht passiert, habe ich mich entschieden. Feierlich habe ich entschieden, nie wieder einen Plastiksack zu benutzen. Der Plastiksack wird nicht mehr produziert, landet nicht im Ozean. Baby-Delfine können weiterleben. Es gibt Finding Nemo Teil 3. Und du? Du kannst mithelfen, wenn du willst. Vielleicht bist du ein Plastiksack-Fan. Aber vielleicht kannst du ja aufhören mit Plastikbecher. Oder mit Röhren. Oder mit so Plastik-Rasierzeugen. Rasieren siehst du dich eh nicht. Friedenherz. Cheers. Das ist mein Bad Wasser. Das ist mein Bad Wasser.